moin zusammen und willkommen zurück zu super mario galaxy im letzten part haben wir uns um ein paar geheim sterne gekümmert so um einen ganz normalen und zwei grüne schöne grüne glitzer sternchen die haben uns dann das tor zu den prüfungen geöffnet und ja mario hat sich diese kleine pause echt verdient muss man ja mal sagen so bei 91 sternen da will man schon ganz schön kaputt muss man echt mal sagen aber nichtsdestotrotz müssen wir hier noch ein bisschen weiter machen in mario so denn auf der karete hier bin es noch ein stern will ich jetzt haben nix hier mit 30 minuten lang pause machen das ist ja okay die rache des bego mann stammes wer sind die bego mann die kreisel sind das die kreisel ich glaube das sind die kreisel na gut kann ich mit umgehen ich habe ahnung von beyblades so was geht denn hier unten ab ich kriege zwar mal ein drehwurm mit diesen kleinen feiern hier ist eine röhre was ist denn in dieser nein nicht jetzt da muss ich mich seelisch drauf vorbereiten es ist ein geheimer stern und der ist so was aber es bringt mich sogar der hier durcheinander der ist so ganz ehrlich nie sich jetzt das ist der geile bestellen hat mich jetzt durcheinander gebracht nee er ist grauenvoll er ist zeitaufwendig muss ich glaube ich den ganzen part für investieren oder nee nicht jetzt nicht jetzt so bring mich hier weg ich will von diesem ding runter ja ich ja bitte mach ihn ich bin mir weg danke schön so 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 ich bin hier gelandet das macht er okay das sieht sehr sehr komisch aus du nervst aber ich brauch dich komm her oh genau so funktioniert Gravitation lass mich ruhig ich haue dich ab so weiter geht's da ist ein Pau mal ab das sieht überhaupt nicht gefährlich aus oder so ne das reist nein 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 da war ich mit zu schnell Mario Mario nein jedenfalls fährt man hier wieder hin und so schnell habe ich den Power Unfit schon wieder verloren oh ist alles für Schuld vor dem geheimen Stern Er ist grausam. Er ist sehr, sehr grausam. So. So. Halt. Ich muss hier Schwung holen. So komme ich da nicht hin. Da. Hui. Das war schon ein bisschen knapp, ne? Guckt euch an. Diese riesige Rakete. Oh, hi. Hm, das gleicht einem Spaziergang. Aber es gleicht auch nur einem Spaziergang. Da ist ein Powerpilt. Ich kriege den Powerpilt. Ich kriege den Powerpilt. Diese Kiste. Hm, die kriege ich so eng wie nicht auf. Das war knapp. Hallo. Na? Ich habe schon viel Schlimmeres erlebt. So. Hi. Es ist... Es ist... So. Sterbüge. Bis mir im Weg. Ich hätte mir doch so mal... Der hätte mir noch ein Powerpilt gegeben. War nein. Das hat weh. Äh. So. It's a Beyblade again! Au. Das hat weh. Das hat aufwehen. So. Es war die Viecher hier weg. Da ran. Du kannst mich mal... Natürlich. Da ran. Oh, Puff hat er gemacht. Und... Und... Aua, 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 aua. Nicht mal. Nein, ich will doch nur... Ich will doch... Nicht! Mach es mal. So. Und... Ich will doch nicht... 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 Ähm... Ich will doch nicht... Tauchen auch immer wieder auf, ne? What the fuck? So, ja. Die ganzen Rematches hier wieder. Den Uta-König hatten wir ja auch. Kriege ich noch mein Dino-Piranha? Das wäre voll nett. Ich mag den Dino-Piranha. Ich weiß ja noch, was auf uns zukommt. So. Zum Beispiel dieser wunderschöne rute Komet. Ja, ich weiß, dass der der geheimen Stern ist. Ich hole den jetzt aber nicht. Nein. Das kannst du knicken. Risiko-Komet, ne? Risiko? Ne, Zeitangriff. Okay. Risiko war weiß. Ich weiß nicht. Der Weg, wo man sich da... Okay. Das ist genau das Gleiche, was wir eben gerade auch schon gemacht haben. Los ist auch Zeit. Und alles ist rot erleuchtet. Direkt von vorne? Ja. Ich glaube, von vorne direkt. Okay. Okay. So, grüner, komm her. Ich habe doch keine Zeit. Es ist leichter, den Dino zu locken. Komm her. Auf. Genau da musst du rein. Na, komm. Ja, das ist schön, dass die Batterie passt alles. Nee. Oh, ich schaff das doch. Ja, 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 ja. Mir wird schon nicht in fünf Minuten die Batterie alle gehen. Zudem sind es zehn Minuten, weil dann der Platz endet. Äh, ich muss erst mal den Knopf drücken. Push die button. Push die button. Push die button. Push die button. Die button push war auch noch, obwohl es kein Button ist, aber du kommst jetzt mal mit. Guna, komm her. Und fliege, Mario, fliege. So. Hoppels. Und diesmal ein bisschen mehr Geschick hier. Ich wollte gerade sagen, das passt nicht. Das war gut. Wenn mir das passiert, sollte ich mir anmerken, äh, anmerken, was sollte ich mir merken? Nicht, den da vorzunehmen. Also den Nächsten, sondern den Letzten. Falle ich nicht so tief. Ja. Okay, ich da wieder einen. Das war gut. So, jetzt. Wir haben Zeit. Mach hier nicht so'n Stress. Mach hier nicht so'n Stress hier. Ist doch alles in Ordnung. Ich glaube hier nicht so'n. Ich glaube, wir sowieso gehören durch, als ob nix wär. La, 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 la. So. Nee. Das war ein komischer Sprung. Das war ein sehr komischer Sprung. Jetzt möchte ich hier hoch. Darf ich hier hoch? Dankeschön. Oh Gott, it's a Beyblade again! Ey, 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 nicht wach. Ne, ne, ne. Ganz grüßes Aua. Ih! Lass mich! Lass mich! Lass mich! Aua! Lass mich doch! Lass mich doch dahin! Ich will auch nur so machen und... Aua! Aua, das ist so viel. Aua! Und so. Meine Freche. Ich tress mich nicht! Oh nein, die Zeit läuft weiter! Ich werde es niemals schaffen, diesen Stern zu erreichen. Mario, danke. Mit dem Rücken eingesammelt. Let's Beyblade! Okay. Yay, wir haben den Beyblade-Stern. Schon wieder! Düdü, 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 düdü. No. Wir gehen da nochmal rein. So. Ich zeig euch jetzt mal, was das für ein abgekaterter geheimer Stern ist. Und weh, ich schaff das jetzt auf Anhieb, was ich nicht glaube, weil... Äh. Dieser geheime Stern. Er ist die Hölle auf Erden. Er ist wirklich die Hölle auf Erden. Ich weiß nicht, wen ich schlimmer finden soll. Den Stern hier oder den anderen Stern, den mit dem dieser Münster flüge ich. Dieser Stern ist echt abartig. Ja, das ist eine Sackgasse. Bist du in der Mildepuni? Schon wieder. Aber wäre jemand hier und ich brenne in der Mild hingeworfen, waaah, wenn ich den Mild angebe? Ja, ich meine... Ja, aus uns weise. Weil ich gerade gute Laune habe. Bäh. Er ist so assig. Er ist so assig. Los, 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 los. WTF? 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 Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das war der vorletzte Stern bei meinem Privatspiel, der vorletzte Stern, der so scheiße war zu kriegen. Und ich... Ich pack's nicht. Das kann... Gib einfach nur noch den Stern. Ich will hier weg. Oh, ich pack's nicht. Das kann nicht wahr sein. Wie hab ich das gemacht? Oh, die Dinger... Die Bob-Oms müssen so genau geschmissen werden, weil die... Da sonst sich die Dinger... Und... Das ist... Ich will nach Hause. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. So viel Skill hab ich nicht. Totally Glück! Glück! Äh, äh... Meine Frisse! Okay. Zumindest haben wir eins der schlimmsten Sterne schon. Äh, einen der schlimmsten Sterne. Oh mein Gott! Spiel, warum tust du das? Ah! Punch im Kreis drin! Ah! Irgendwas ist mit dem Spiel kaputt. Ah! Okay. Gut. Ähm. Ja. Ich würde sagen, das reicht jetzt. Oh mein Gott. Ich pack's nicht. Ganz ehrlich, ich pack's nicht. Das kann nicht wahr sein. Oh, ich hab sonst immer so Ewigkeiten an diesen Sternen gehangen und jetzt... Und ich sag das aufs Scherz. So, wir würden ihn jetzt sofort holen und das läuft auch gut. Oh Gott. Schmetterling. Okay. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich pack's echt nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir auf jeden Fall, weil das war jetzt echt wow. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Super Mario Galaxy. Also, tschüss und bis dann. Und wir sehen uns dann. Und wir sehen uns dann. weh. Vielen Dank.